Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein kurzes Video aufnehmen, in dem ich euch zeige, welche Chrome Extensions ich eigentlich nutze, so für meine üblichen Webdesign-Projekte, beziehungsweise die euch helfen, solltet ihr eine Webseite aufbauen, Webdesigner sein, Freelancer sein, Agentur haben oder sonst irgendetwas, habe ich so vier Tools, beziehungsweise zeige ich euch hier alle Tools, die ich hier oben reingeklemmt habe, ganz einfach und wir gehen die Step bei Step durch, bei was euch die helfen, beziehungsweise für was ich die nutze, damit ihr genau wisst, ja um was es geht. Ja im letzten Video, wo ich eine Website Review gemacht habe, habe ich einige Extensions genutzt und da war gutes Interesse von euch vorhanden, dass man eben diese Chrome Extension oder dass ich euch die zukommen lasse. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mal ein allgemeines Video dazu, ich habe glaube ich schon einmal ein Video zu den Chrome Extensions gemacht, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr up to date und deswegen habe ich da jetzt meine Seite aufgerufen, meine persönliche und wir gehen durch, was ich hier nutze. Zuallererst habe ich hier oben reingeklemmt, also ich kann euch grundsätzlich mal da oben alles erklären, was ich reingeklemmt habe, da habe ich mal Google Mail drinnen, als Extension dann den Google Kalender, dann habe ich One Password, One Password ist irrsinnig gut, wenn ihr Passwörter speichern wollt, überall in einer Cloud, das heißt das könnt ihr aufklicken, dann könnt ihr euer Master Password eingeben und euch dann zum Beispiel in der jeweiligen Unterseite das reinpflegen lassen sozusagen, das heißt wenn ich auf WP Admin gehe oder auf WP Login oder ich bin irgendwo auf irgendeinem Portal und weiß das Passwort nicht, kann ich da reingehen, dort habe ich eigentlich alle Passwörter drinnen, ihr könnt auch Chrome Passwörter dort rein kopieren, das heißt das ist sehr gut. Dann habe ich hier einmal Color Seller, Word Phone, das schauen wir uns im genaueren an, die zwei, dann habe ich noch Full Page Screen Capture, dann habe ich nur noch den Facebook Pixel, ob der hinterlegt ist oder nicht, auch zur eigenen Kontrolle, dann habe ich Ghostory nennt sich das, das sehe ich nur, das habe ich damals für die DSGVO angefangen zu verwenden, da sehe ich, wer was eingebunden hat, ja, was da überhaupt geladen wird, bei manchen Seiten ist das eine Katastrophe, wenn man zum Beispiel auf Amazon geht, dort zeigt, ich glaube bei Amazon ist das, wobei nein, selbst bei Amazon ist es nicht so schlimm, da ist nur Amazon Mobile Ads, also gibt es einige Seiten, wenn man, wenn man dort Videos voll, also Werbung voll hat, mit, die ganze Seite mit Werbung voll hat, dann ist das so eine Sache. Ja, dann habe ich noch den Tag Assistant, der ist einfach dafür da, ob ich sehe, ob der Google Tag Manager vorhanden ist oder nicht. Dann habe ich Remove Recommendations auf YouTube, das heißt dort kann ich, ja, einfach alles verstecken, was ich möchte, das heißt, wenn ich auf YouTube gehe, das geht darum, wenn ich einen Fokus haben möchte und bei YouTube sonst nichts sehen möchte, sehe ich da die Hauptpage nicht, das heißt, ich gebe nur an zum Beispiel Tutorial, schaue mir an, was es für ein Tutorial hier gibt, gut, das ist jetzt kein Tutorial, aber ihr seht rechts und links sind alle Recommendations und so weiter weg, Kommentare sind ausgeschalten, das heißt, ich konzentriere mich wirklich nur auf das Video und dann gehe ich dort wieder rauf. Das habe ich oft aktiviert, wenn ich zum Beispiel, ja, mir wirklich ein Tutorial anschaue oder irgendetwas anschaue, was ich benötige für die Arbeit, aber nicht dann, ihr kennt das, würde ich das jetzt hier alles einschalten, würde es halt dann mit der Zeit so ausschauen, ich hätte die vorgeschlagenen Videos, wenn ich auf YouTube auf die Startseite gehe, habe ich hier lauter vorgeschlagene Videos, natürlich auch Clickbait-Videos, wo man dann vielleicht auch als Mensch draufklicken möchte, somit habe ich das halt immer aktiviert bzw. habe das oftmals aktiviert, dass ich einfach diese ganzen Recommendations abschalte und hier einfach einen Fokus behalte. Und dann habe ich noch Responsive Web Design Tester, das wir uns auch nochmal anschauen. Also wir schauen das besonderen 4 an, die ich oft nutze auf Seiten und die erkläre ich euch jetzt ein bisschen genauer. Zuallererst schauen wir uns an Colorzilla. Colorzilla ist im Endeffekt eine Chrome Extension, die euch ermöglicht, grundsätzlich einmal eine Palette, einen Gradient Generator zu nutzen, wo ihr per CSS einen Gradient, also sprich einen Verlauf erstellen könntet, das nutze ich aber weniger. Das, was ich nutze, ist halt den Color Picker. Ihr könnt grundsätzlich diesen Color Picker nehmen und dann eine, wenn das immer eine durchgehende Farbe ist, versteht ihr das relativ gut, dass ihr diese Farbe nimmt, dann speichert ihr die hier auch oben und im Color Picker habt ihr dann den Farbcode, bzw. ist es jetzt schon in der Zwischenablage, wenn wir da oben reingehen und das rauskopieren, ist da schon der Farbcode meines Orange hier drinnen. Grundsätzlich kann man natürlich, wenn man im Chrome ist, auch auf Rechtsklick gehen und untersuchen. Im Normalfall findet ihr dann hier auf der rechten Seite, findet ihr hier auch die Farbe für das jeweilige, zum Beispiel für die Header Color hier. Da haben wir den Hintergrund hier definiert, das heißt, das ist F16334, F16334, wenn ich da jetzt nochmal reinschaue, ist das F16334. Interessant ist aber auch, dass der nicht nur die Farbe aus der Webseite rausnimmt, sondern der auch in Bildern das relativ gut kann. Das heißt, wenn ihr hier oben seht, der würde jetzt hier meine Hauptfarbe übernehmen oder würde dann hier das schwarze meines Bades übernehmen oder dieses grau oder dieses dunkelblaue von meinem Bild. Also das ist auch sehr interessant. Das sind keine genauen Angaben, also meistens sind sie sehr genau, aber natürlich kann man hier auch nochmal genauere Angaben dann vielleicht auch machen. So, wenn wir jetzt weitergehen, das ist einmal im Grunde genommen das, was er kann. Also ihr könnt da noch hier die Historie anschauen, was ich da alles rausgepickt habe, also da habt ihr die verschiedenen Farben. Wenn ihr eben länger an dem Projekt arbeitet und hier mehrere Farben drin habt, könnt ihr die immer da rauspicken. Ist halt sehr angenehm. Kommen wir zum nächsten, Wordfond. Das ist interessant, weil ich mir oft halt, ja, weil ich mir oft anschaue, unter Anführungszeichen, wo oder welche Typografie jemand nutzt. Ja, und da ist es halt sehr interessant, auch für mich zur Überprüfung, ob ich auch alle Fonds richtig hinterlegt habe, kann man hier draufklicken und dann kann ich hier reinschauen und sehe, welche Fonds ich genutzt habe. Das ist natürlich, da zeigt der Areal an, weil das ist nur ein Bild, das hier auch. Aber ansonsten hier zeigt er meine Schrift Geomanist an. Das passt alles, das passt alles. Habe ich alles richtig gemacht, habe ich alles richtig gemacht. Super, hier unten auch und das ist halt interessant, vor allem, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte irgendwie die Schrift von Apple gefällt mir oder die Schrift von Microsoft gefällt mir, dann kann man hier reinklicken und sich anschauen, okay, die nehmen SF Pro Text, das heißt, ich würde dann eben SF Pro Text Fonds, kann mir mal anschauen, okay, da kann ich sie zum Beispiel runterladen, weil das im Development von Apple vorhanden ist. Das heißt, ich weiß, okay, wie ich die San Francisco Fonds nutzen kann und so weiter und so fort. Das ist nur interessant eben für eure eigene Überprüfung, damit ihr auch seht, wenn zum Beispiel ein Kunde fragt, was habe ich hier für eine Fonds verwendet, könnt ihr euch die anschauen. Ansonsten könnt ihr auch überprüfen eben, ob das alles passend ist oder ob ihr euch da irgendwo vertan habt. So, kommen wir zum nächsten. Full-Screen Capture, Full-Page-Screen Capture, so nennt sich das. Ebenfalls eine relativ einfache Chrome Extensions, tut aber das, was er will. Oftmals hat man das Problem, ich habe jetzt einen relativ hoch aufgelösten Bildschirm, aber wir nehmen jetzt mal an, ich habe nur dieses Bild jetzt vor mir oder vor einem Kunden und der möchte aber das ganze Bild sehen, dann kann man hier draufklicken und der generiert euch einen vollen Abzug des Bildes. Das könnt ihr als PDF speichern oder das könnt ihr als Download speichern, das heißt, alles zwischen dieser oberen, also unter der Lesezeichenliste bis nach unten, macht ihr da euch ein Full-Screen. Das kann jetzt sein, wenn ihr Animationen oder so weiter habt, die erst mit der Zeit laden, kann das sein, dass das Bild ein bisschen komischer aussieht, weil eben der macht eben so Schritt für Schritt das Ganze und es kann manchmal sein, wenn die Page länger ist, dass das ein bisschen komisch ausschaut, dann kann man ein bisschen mit Photoshop nachbessern. Aber ansonsten könnt ihr auch Kunden natürlich so einmal die ersten Entwürfe schicken, wenn ihr die Entwürfe direkt bei, zum Beispiel direkt auf der Webseite macht, ist ganz nett. Und zusätzlich, wo ich es immer genutzt habe, ist jetzt zum Beispiel bei playsee.net, falls ihr das nicht kennt, damit mache ich meine Mockups. Hier habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, mir Mockups zu erstellen. Mockups sind sozusagen Vorschau-Bilder, wie ihr sie kennt, die habt ihr oft im Internet gesehen, wie zum Beispiel das hier jetzt, ich möchte irgendein Bild in einem Mac haben, in einem iMac haben oder in einem MacBook, so haben wir hier. Grundsätzlich, playsee kann ich euch empfehlen, kostet 29 Dollar im Monat, ist ziemlich genial. Ihr könnt das von der URL machen, das heißt, er ruft die URL ab und gibt euch da direkt das Bild rein und dann könnt ihr es speichern. Das seht ihr zum Beispiel sehr gut bei mir auf meiner Agenturseite. Die Agenturseite, da habe ich zum Beispiel sogenannte Mockups gemacht, um meine Referenzen darzustellen. Jetzt kommen wir aber schon zum ersten Problem, zum Beispiel, ich habe die Seite abrufen lassen und da sind jetzt die Gucke-Einstellungen drinnen. Das ist natürlich immer blöd, weil das möchte man natürlich nicht. Und hier seht ihr zum Beispiel, da habe ich auch Mockups gemacht. Die habe ich mit Photoshop gemacht, nicht mit Placeit, damals noch. Genau, und wenn ihr das aber machen wollt, könnt ihr eben ein Image uploaden. Genau, und wenn ihr dieses Image uploaden wollt, könnt ihr im Endeffekt hier euch einen Screenshot generieren lassen, den abspeichern. Dann geht ihr wieder auf Placeit oder macht das mit Photoshop oder wie auch immer. Nehmt hier den Screenshot und lädt den da hinein. Was der dann macht, ist eben, er zeigt euch dieses Bild an, dann passt ihr das noch an, wie ihr das wollt. Zum Beispiel, hier mache ich es jetzt einfach ein bisschen größer und mittig und füge das da ein und habe dann zum Beispiel schon ein Mockup, das jetzt ohne den Gucke-Einstellungen oder sonstigen etwas ist. Plus, ich habe natürlich auch den Vorteil, ja, das schaut halt cool aus. Dann kann ich das downloaden und fertig. Also, diese Screenshots sind ganz interessant, vor allem, wenn ihr längere Unterseiten habt, zum Beispiel eben wie bei meiner Agenturseite. Dort ist es halt interessant, wenn ihr da lange dran arbeitet, ja, und hier immer nur die Sektionen habt, ja, und ihr nicht seht eigentlich, wie schaut das im Gesamten aus, wirkt die Page nochmal ganz anders, wenn ihr euch das hier im Gesamten so ausdrucken lasst. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, hier ist ein Problem entstanden, dadurch, dass hier eine Animation drinnen ist. Das heißt, da muss man manchmal entweder so einmal laden, hier unten ist auch ein bisschen ein Problem. Aber ihr seht zumindest, okay, wie habt ihr die Sektionen gemacht? Ihr seht, okay, weiß-grau, weiß-grau. Ist das alles zentriert? Ist das da oben zentriert? Passt da irgendwas nicht? Das heißt, man kann sich das mal im Gesamten anschauen und das gibt euch einen guten Blick einmal auf eine Webseite. So, kommen wir zur letzten Chrome Extension, nämlich dem Responsive Web Design Tester. Das ist im Endeffekt, die meisten, sagen wir es so, die meisten haben schon intern, also ihr könnt ja bei WordPress Elementor und so weiter, könnt ihr oftmals eh schon die, wie soll ich sagen, könnt ihr oftmals eh schon auf mobile Version umschalten und so weiter und so fort. Aber es ist nochmal cool, wenn ihr halt irgendwas hier direkt im Browser habt, wo ihr das einstellen könnt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einmal auf meine Seite gehe und ich schauen möchte, wie das zum Beispiel auf einem iPhone aussieht, könnt ihr eben da einfach draufklicken, dann macht ihr das, nehmt ihr das zum Beispiel das 7er iPhone Portrait und dann macht das ich das circa in der Größe auf, so und jetzt kann ich hier checken, ob das von der Größe her gut ist. Im Endeffekt nimmt ihr das einfach nur zusammen und nimmt circa die Browsergröße, also es hat den gleichen Effekt, als würdet ihr hier zusammenfahren, aber es ist trotzdem interessant, weil ihr könnt so nochmal sicher gehen. Solltet ihr Responsive checken, es gibt genug, wenn ihr eingibt Responsive Test, gibt es genug Einträge, wie zum Beispiel Responsive CT, wo ihr da auch nochmal die URL eintragen könnt, hier und dann könnt ihr da unten auch nochmal auswählen, wir nehmen jetzt mal nur das iPhone 4 und der zeigt euch das dann auch nochmal an, in dem Fall jetzt nicht, aber im Normalfall, wenn ihr das checkt, ich weiß jetzt nicht, ob die Seite überhaupt noch vorhanden ist. Ich schaue jetzt nochmal, ob das mit Google.com geht. Ja, okay, also hier wurde die Verbindung abgelehnt, das heißt, es kann nicht sein, dass diese Seite schon zu alt ist, ich habe das früher mit dem immer gecheckt, jetzt checke ich das nur mit dem. Ja, auf jeden Fall, das sind die Chrome Extensions, ich hoffe, euch hat das einen Einblick gegeben, ihr findet alle Chrome Extensions unten verlinkt, also die vier, über die ich jetzt gesprochen habe, die anderen könnt ihr einfach eingeben, das ist eh ganz normal, Facebook Pixel Helper, Ghostory und ich verlinke euch auch noch 1Password, falls euch das mal interessiert, was das alles kann. Ja, ansonsten habe ich jetzt, ansonsten mehr habe ich, mehr Chrome Extensions habe ich derzeit nicht. Sollte ich irgendwas Geniales finden, würde ich euch eh rechtzeitig Bescheid geben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, produktiven Tag. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Vielleicht wollt ihr auch die Glocke aktivieren, dass ihr jederzeit Videos bekommt, wenn ich wieder was hochlade. Das war es auch schon, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.